Der Ball ist jetzt hier soweit fertig. Mal gucken, ob ich einen Trick hinbekomme. Ob er wohl springt? Und das lasse ich mir nicht nehmen. Lass ihn mal auf dem echten Spielfeld ausprobieren. Nein, so kurz vorm Ziel ist er mir runtergefallen und in zwei Teile gebrochen. Aber kein Problem, wir drucken jetzt einfach einen neuen. Der neuere und hoffentlich bessere Druck hier bereits aus seinem ganz anderen Material. Na, wenigstens taugt er als Helm, oder? Ja, natürlich.